Hallo meine Damen und Herren, heute einmal von einem spektakulären und luftigen Ort in der Autostadt. Ich grüße Sie ganz herzlich und lade Sie jetzt schon ein zu unserem Sommerprogramm Sommer im Park vom 16.07. bis 27.09. Eine der spektakulären Neuinstallationen, die sehen Sie gerade hier. Bis auf 11 Meter Höhe können Sie klettern in unserer neuen Strukturnetzwerk und unweit von hier gibt es auch noch einmal das ganze in Holz, unser Holzwerk. Hinter mir sehen Sie das Cool Summer Island, das mit Sand, frischen Cocktails und Tret- und Elektroboten ebenfalls zum Erleben und Verweilen einlädt. Mikromobilität können Sie bei uns erleben auf einem neuen Parcours auf dem Piazza-Vorplatz. Auch ich kann den von hier prima sehen. Mit kleinen Nine-Bots und ähnlichen Elektrogeräten können Sie auch übers Wasser fahren. Insgesamt 250 Meter Strecke. Für das gastronomische Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Wir haben bereits eröffnet ein neues Angebot Bistro hier vorne in der Konzernwelt mit internationalen Bowls. Wir öffnen in wenigen Tagen im Zeithaus das neue Café Erste Sahne und wir haben sowohl auf dem Piazza-Vorplatz als auch hier an Cool Summer Island weitere Gastronomie-Buden für Ihre Verpflegung. Was gibt es noch zu entdecken? Picknick können Sie buchen auf unseren Rasenflächen allein zu zweit oder in der Familie. Sie können Musik erleben an den Freitagen, Samstagen und Sonntagen, mischen sich Street-Music-Acts hier in den Park und sorgen für zusätzliche Sommeratmosphäre. Also aktiv erleben, aktiv entspannen, all das gibt es in der Autostadt und selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsregeln, so wie Sie das von uns erwarten. Was bleibt mir? Noch die Arme auszubreiten, wobei das mache ich mal sicherheitshalber nur mit einem Arm Sie einzuladen in die Autostadt. Seien Sie Teil unseres Sommers im Park und lassen Sie uns gemeinsam klettern. Viel Spaß und bis bald hier irgendwo im Park. Ciao!